Ich bin sicher, dass ich was Seltsames gesehen habe. Und ich hatte Recht. Kame, ich bin nicht seltsam. Ich bin ein Mädchen. Nein, ich weiß. Was sind das für Zeichen? Ich bin Kame. Kenn ich nicht. Aber sie sind sehr schön. Du bist verletzt? Ich muss gehen. Warte, warte, warte. Niemand weiß, dass wir hier sind. Was ist das für eine Sprache? Auf keinen Fall Englisch. Das ist kein Gang. Die Sprache meiner Gemeinschaft. Du bist Indianerin? Ich bin keine Indianerin. Ich bin Indigen. Tut mir leid. Was machst du dann hier? Bist du auf geheimer Mission? Du stellst zu viele Fragen. Ich will doch nur helfen. Du kannst gehen. Ich werde es niemandem sagen. Wo geht es lang? Kommt drauf an. Hier drinnen gibt es den großen Wächter. Aber draußen steht der super starke Wächter. Warte. Ist das hier ein Gefängnis? Beinahe. Es ist ein Internat. Was ist das? Eine Schule, in der die Kinder auch wohnen. Ah, also leben ihre Familien auch hier, richtig? Du stellst echt zu viele Fragen. Alles klar. Meinst du, du kannst mir helfen? Natürlich.